einfach für die überblick für den überblick weil sicher alles das hätte ich sehr gut das ist fertig ich denke heute mit glas ja und wie ich dabei glas braucht dann lass mich die natürliche ressourcen der welt anzapfen und einfach klauen so haben drei sollte eigentlich reichen plötzlich mache ich noch was fertig weil ich könnte es so bauen nicht vollkommen im wasser eigentlich was schön ist, was auch ganz spannend ist So, jetzt hab ich ein Wasserhaus. Yay, Wasserhaus. Uh. Ja, das ist noch da. Das ist noch ein Problem, leider. Die Strömung gibt's leider noch hier. Ach so, nicht mehr. Meint das so. So. Okay. Glas. Mach du mal Glas hier. Du machst auch noch Glas. Du hast auch noch ein bisschen Kohle gehabt, ne? Oder auch nicht. Die Zeit bau ich weiter. Oh, ich weiß gar nicht, ob Glas, ob man auf Glas überhaupt Leitern bauen kann. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, das eine Ding müsste aus Holz bleiben hier. Ich werd's testen. Aber ich glaub nicht, dass es geht. Das ist mir natürlich unpraktisch. Hab ich Glas überhaupt? Hab kein Glas für Glas. Ah. Weil ich in dem Grund Erde dabei habe. Because of reasons. Äh. Erde. Erde. Äh. Erde. Puff. Bei Erde gebatscht. So. Mal testen. Ah doch, kann ich. Okay. Ich hab nicht gedacht, dass es geht. Aber es geht. Okay. Irgendwas in meinem Kopf sagt mir, das macht keinen Sinn. Und anscheinend war die Stimme dumm am Kopf. Okay. Du brauchst nicht leben. So, dann brennt immer weiter. Du hast noch was drin. Okay. Dann mach ich hier noch einen Kreis aus drum und dann baue ich weiter. Wird das halt reichen? Ah. Wahrscheinlich eher nicht. Geht zumindest sehr davon aus, dass es nicht reichen wird. Obwohl. Das könnte reichen. Im Nachhinein doch. Das wird reichen. Das wird sogar easy reichen. Nice. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Cool. Glas. Auch fertig. Jetzt hab ich kompletten Übersicht. Und jetzt kann ich noch fucking anbauen, falls es draußen dunkel wird. Hier kommt einer hin. Okay, man müsste dann da sein. Hier zwei. Okay. Ihr könnt auch mit Glas machen eigentlich. Oh, nie mehr. Kisten. Okay. Jetzt muss ich gucken, wie ich die Kisten baue. Ich mach eine Vorratskiste. Ich mach eine... Warte mal, Kiste. Da kommt das rein. Nicht geordnet. Aber egal. Dann eine Essenskiste. Da kommt Essen rein. Essen. Äh, nope. Essen, 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 essen. Kann man einen Sittag essen? Nö. Nö. Trotzdem tue ich sie rein. Ich tue es da hin. Genau wie Tränke. Kommen wir auch rein. So. Tränke. Tränke, Tränke. Da. Auch rein. Da ist Essen drin da. Ja. Ja. Hm, okay. Ich mein... Es ist grob genommen Essen. Also von daher... Ja, ist okay. Es ist grob genommen Essen. I guess. Würde es nicht so nennen. Aber es ist so. Hier kommt Badgegenstände oder sowas hin. Moos kommt woanders hin. Das kommt woanders hin. Das kommt auch woanders hin. Was kommt hier rein? Da habe ich Erde. Und das kommt hier rein. Na wie. Das. Und das. Und das. Und Papier. Da. Jetzt habe ich alles. Eisen kommt hier rein. Ja. Ja. Und das kommt auch hier rein. Und zwar... Hier halt. So. Okay. Türen. Das ist eigentlich Trash. So. Okay. Na gut. Haben wir es erledigt. Jetzt kommen Werkzeuge. Ich werde noch kurz einen Baum fällen. Einfach weil ich Werkzeuge brauche. Weil ich eine Kiste für Werkzeuge brauche. Ich wähle dich aus. Hier ist ein großer Baum. Danach gehen wir wieder auf die Suche nach irgendwelchen Sachen. Danach gehen wir ein bisschen die Gegner kunden. Gleich finden wir was cooles. Wer weiß. Kiste. So. Eine Kiste noch. Die kommt dahin. Für überschüssige Waffen. Gerade habe ich nichts überschüssiges glaube ich. Aber wenn ich was habe, habe ich es dann. Doch das kann auch. Hier rein. Schaufel. Da hin. Die kann hier hin. Waffe kommt da hin. Die kann hier bleiben. Axt kommt mit. Und der Rest ist wichtig. Schill kommt auch mit. Der Rest ist wichtig. Okay. Ernsthaft jetzt. Dann warte ich kurz bis Nacht anfängt. Ah. Setz legen. So. Der Mond ist da. Schlafen gehen. Na. Nach die Nacht. Schnaich. 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 So. Okay. Dann lassen wir ein bisschen am Kunden gehen. Okay. Hier war ich schon. Ich sollte Essen mitnehmen, wenn ich am Kunden möchte. Sollte Essen dabei haben. Und ich werde euch hier oben auch. Äh. Ein Fanland rummachen. Von dem ich. Wo ich dann weiß, wo ich meine. Wo ich hinfasse. Äh. Ich mache eins ab. Und es mäßig nehme ich. Davon zwei mit. Ein mit meine ich. Und. Ja. Ein Packtoffel. So. Wenn ich hier schon überein kann ich noch gucken essen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Da brauche ich jetzt hier mein Sandtum hin. Und. Perfekt. Pack den mit Fackeln voll. Und versuche nicht zu fallen. In den Tod. Und mehr. Ah. Okay. Uh. Das war gefährlich. Huch. Okay. Weiter geht's. So. Wo muss ich zuerst mal? Ich denke, wir werden einfach binnen durchlaufen. Erst mal am Strand entlang bist und dann irgendwann reinlaufen. Okay. Das sieht schon mal interessant aus. Was ist das hier? Okay. Erneut ein riesiges Loch. Okay. 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 Vielen Dank.